Ich war wieder allein und schon bald würde ich buchstäblich der Furcht in die Augen sehen. Hä, da kommen wir nicht raus. Okay, wir müssen doch runter. Na, das will ich gar nicht. So, das weg. Unsere spezielle Nahkampfwaffe bitte. Oh Gott. Oh! Hau ab! Du, ah! So! Hast du davon. Kurzer Prozess. Da können wir gar nichts. Jetzt hat hier mehr von den Teilen. Scheiße. Oh nein. Von oben? Ja, komm. Wir bleiben erst mal hier. Verdammt, der Mist. Komm her. Na los, zeig dich. Oh, Freunde. Oh, da ist er. Wow. Okay, okay. Nachladen. Nachladen. Da. Da. Wolltest du uns erschrecken, ja? Uh. Hallo? Kacke. Ich glaube, das ist eine Falle. Ich glaube, das ist eine Falle. Oh, wir brauchen die. Nein. Oh. Verdammt, verdammt. Ist er da oben? Oh, spiel nicht mit uns. Hör auf damit. Da geht's nicht rein. Oh. Ah, du. Ich kenne da gar nichts mehr. Nachladen, 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 nachladen. Komm schon. Ich will hier raus. Hier lang? Wir brauchen schnell den Kompass. Was sagt er gerade aus? Wieso gerade aus? Habe ich doch geguckt. Geht nicht. Kann ich das kaputt machen? Geht auch nicht kaputt. Der platziert. Ah, hier können wir lang. Schnellfilter wechseln. Oh, verdammt. Wo bist du, hä? Hier geht's gar nicht weiter. Oh, nein, 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 nein. Hallo? Oh! Oh, ah! Oh! Oh! Nein! Ah! Ah! Du schaffst es nicht. Du kriegst... So, jetzt Waffe zünden. Ich will... Gib mir die Waffe her. Hat er sie genommen? Weg. Licht an und abhauen. Das ist doch garantiert eine Falle. Das ist doch garantiert eine Falle. Scheiße, scheiße. Oh Gott. Müssen wir nach oben? Ach, ja. Ach, ja. Logisch. Selbstmord. Schnell, schnell, schnell nochmal laden. Komm schon. Sehr gut. Kacke, 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 kacke. Welche Tür? Ich will jetzt nicht den Kompass rausholen. Sonst attackiert er uns gleich. Wir müssen aber... ...irgendwo hier lang. Hallo? Da! Hä? Komm schon! Geh! Dra... Oh, ja. Gut. Einen könnten wir noch erledigen. Danach wird's... ...problematisch. Wir müssen andersrum. Da rein. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Hier rein? Hey! Wir wollen da irgendwie durch. Kompass, was sagst du? Er sagt, da runter. Ach so, jetzt sind wir drin. Gott sei Dank. Hier war eine Tür. Iiii... Ja. Bam, bam, bam! Los! Nimm das! Schnell, Kompass! Jetzt müssen wir uns beeilen. Munition ist Futsch. Und er sagt... Hä? Was soll das denn? Wie sollen wir denn... Das geht nicht. Sollen wir da runter? Ich glaube, da unten waren wir doch schon. Ja? Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nein, das darf alles nicht wahr sein. Nee, wir können da nicht runter. Das kann nicht richtig sein. Ja, wir müssen irgendwo hier lang. Oder müssen wir... Ah, hier ist eine Tür. Alter, was ist mit unserer Lampe los? Wird wieder alles schlechter. Scheiße. Verdammt. Gas... Oh! Oh, ich wollte gerade die Gasmaske nehmen. Scheiße, schnell, schnell! Ja, Vogel! Hol ihn dir! Äh... Nicht bewegen, nicht bewegen. Ganz leise. Ganz leise. Zuschläge. Ah! Schnell! Abhauen, abbauen, abbauen! Oh! Oh, nein! 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 Raus, raus, raus! Oh, nicht noch einer, nicht noch einer. Gasmaske auf. Oh! Oh, Alter, ich... ...glaub es nicht. Keine Munition mehr. Halt die... ...klappe! Nein! Komm schon! Das ist hier der Big Boss, oder was? Er war es. Ho, 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 ho. Oh! Komm, was? Da durch! Oh, ich glaube, wir haben es. Mo förbermach! Ja, ich glaube, wir haben es. Bis zum nächsten Mal.